Iiiiih und herzlich willkommen zurück bei FMC, heute in der Wartung von Minecraft, Megacraft mit dem SkyCow, der mal eben in mein Haus kommt, weil wir haben hier unten was echt geiles gebaut beziehungsweise ich und ich mach mal den Tag, sonst sind die Dinger... Cheater Was, ich muss das hier vernünftig zeigen Ich weiß, ich sag nur gerne, dass du Cheater So, komm Okay Und du musst mir gleich mal schnell deinen Jetpack dann So, komm mal her Spinnst du Hier, wir haben das hier gerade dazu gebaut, hier ist noch ein ME-System Und ja, hier sind jetzt die Recycler, die hauen das mit Overclockern die ganze Zeit durch Hier ein schöner Mars-Fabricator, der uns ja, ordentlich was bringt Hier extra noch ein paar Energie-Buffer für nachts Buffer Ja, guck mal, wie viele MFSUs das sind Das sind, rechne mal bei pro Ding 10 Millionen Das sind 4, 8, 12 mal 10 Millionen 120 Millionen Und wir haben gleich schon 540 Juju-Matter Ich will auch was haben Ja, machen wir gleich Ich, guck, wir gucken einem an, der der Folge So, dann baust du mir jetzt erstmal ein Jetpack Brauchst du irgendwas dafür? Äh, warte, ich muss mal schnell gucken Ach, was ist, was ich jetzt mal eben machen sollte? Ich guck mal, ob ich alles da habe, dann kann ich mir bauen Ich hab doch noch Scrapboxen, soll ich die mal eben reintun? Klar Man kann ja auch theoretisch ins System Scrapboxen tun, oder? Mhm Bau du einfach ein Advanced Circuit und nicht bauen Rest So, Alter, geht der Rad ab Boah, geht der ab Wie gehe ich jede Sekunde, kommt grad ein Juju-Matter durch meine Scrapboxen Also du kannst Ja, Bau du Advanced Circuit Äh, du kannst Scrap und Scrapboxen direkt ins ME-System dann tun Ich komm jetzt erstmal zu dir So, ja Im Fall, ich find das schon recht geil Was ich hier gebaut hab Oder? Und, ähm, du musst mir gleich mal eben sagen, wie das mit dem, ähm, Kabelgenerator geht Ja Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Blockbreaker Das kann ich ja gleich erschicken Ach, ich bräuchte erstmal Werkzeug, das wär auch klug Und, äh, du kannst im Moment Ich brauch auf jeden Fall auch eigene Weil ich will mir auch eine eigene Koppelfarm bauen, dann kann ich so nämlich die Stadt, äh, Rechnung bezahlen So, braucht man Kies überhaupt viel? Ich würd mal sagen, ich lass mir so circa 80 über, oder? Ja, ist da ein bisschen Stein übrig Stein hab ich jetzt oben noch in der Kiste einiges So Weil ich hab nämlich, äh, ich war jetzt circa ne Woche nicht online Und ich hab ja letzte Folge hier ne Kiste hingestellt Ganz wie Cobblestone Weil der Rest wurde nämlich aus dem ME-System Kälge gepumpt Und, ja Der hat halt Alles so Scrapboxen gemacht Also, ja, ach so Das, ach so, ja, du wolltest mir Geld geben für den Chatpack Äh, Geld, ich mein Gold Wie viel brauchst du? Und Longfallboots musst du mir auch nicht geben Longfallboots, die brauchen aber Obsidian und Dias Ich hab noch ein Obsidian Ah, ne, hab ich keins, Obsidian Times, ist das, Entschuldigung Ja, ich brauch viel Bisschen mehr, doch, ich hab acht Obsidian Long, die Long Ich hab acht Obsidian und drei, äh, ja, ich brauch zwei Obsidian, vier Dias und Hast du noch ein Dias? Äh, ich hab drei Gut, ich hab auch nämlich noch drei Stück Dann würde ich sagen, mach mal das nämlich so Äh, gut Und ich hab noch ein Scrap gefunden hier oben Nico? Hä? Soll ich das dann mal eben Guck mal, im Start-ME-System, da sind, ist jetzt, sind jetzt zwei Dias und zwei Obsidian drin Okay, zwei Dias, zwei Obsidian Okay, zwei Dias, zwei Obsidian Dann nehm ich schnell mein Eichen So, ich geh mal schnell runter Und da muss man gleich sagen, wie das mit dem Blockbreaker gebaut wird Okay Weil ich würd nämlich sagen, das gehört halt alles zur Stadt Genauso wie mit dem ME und jedem Soll ich dir jetzt mal sagen, wir hatten ja grad fast 440 Wir haben jetzt über 600 schon Okay, gucken, Start-System, das in deine Schuhe Äh, so hat sich guck mal einen bei dir, ich bin ja jetzt direkt hier unten Tu das mal eben ins, ach, bisher schlimm, statt ME-System Lol So Äh, ich hab ein Sapling von dir eingesammelt Bis hier unten Echt Robert Tree Wie geht dat denn? Du musst auf jeden Fall noch einen Advanced Circuit bauen, gell? Warum, was brauchst du denn dafür? Bau du den einfach, den Rest baue ich grad Hä, sag doch einfach, was du dafür brauchst Dann kann ich dir das geben Nö, ich wollte einfach das tun, Bausch Dann nicht Echt? Dann kriegst du aber auch recht leichten Stress Aber ich hab leider, also ich hab kein Gloster und das, deswegen Ey Okay, wir haben gleich die 700, you you matter Weiß wie krass das ist? Der geht hier richtig ab, soll man hier noch einen hinsetzen? Vielleicht Jetzt sag nicht, dass ich behindert bin, aber ich mach das jetzt Okay, ich bin behindert Und du bist ein hohen Sohn Aber das weißt du ja Also das ist, ähm, nur schon mal Satz Info Das ist nichts gegen ihn, aber wir mögen beide seine Mutter nicht Ja Sagen wir ja, ständig zu uns Genau wie so ein kleiner Pimmel dazu bist So Ist es Nacht? Äh, fast Es ist stämmernd Kann ich jetzt nicht im Ernst ein Scheißblatt abbauen So, merke mal 706 706 So Danke Zu merke ist mir immer, ich schreib's einfach rein So, und ich muss mal im Scrab und Scrab Box Oh ne, ich hab mein Wird jetzt stackweise mal reingetan So Soll ich mir mal sagen, wie viel Yu-Yu-Meta wir jetzt schon haben? Oh 607, aber ist ja auch noch nicht viel Weil ich grad Weil, glaub ich, jetzt schon Nacht Strom läuft Ich glaub, jeder, wo es gehört hat Jo, es läuft Nacht Strom Also jeder, wo es gehört hat Was du gesagt hast Ist ja nicht viel Der hat sich bestimmt gerade erhangen Hä, warum? Nein, ist ja jetzt nicht viel mehr als gerade ein Yu-Yu-Meta Weil, guck mal, es ist Nacht Wir machen jetzt, musst du mir merken Weil, allein Ein Stack Yu-Yu-Yu-Meta ist schon extrem Ist halt mal schön auf Hab ich dir schon gesagt, dass wir jetzt circa Warte Wir haben jetzt schon 712 Machen wir so 10 Yu-Yu-Meta gegen ein Stack Koppel, oder? Oder machen wir so Dann kommt's auf den Preis hin Äh, zwei Stacks Koppel Für ein, äh, 10 Yu-Yu-Meta Ist ein fairer Preis Ich kann dir auch Ein Messer in den Rücken hauen dafür Also sagen wir's mal so Du mir bei deinen guten Sätzen So, ich jetzt Ich hab gerade Maß für Fabricator im Recycler getan Ist das schlimm? Vielleicht Warum? War ja eh Kein Ahnung Aber weißt, wie viel wir gerade produzieren? Also, Entschuldigung, dass es gerade leckt Das ist einfach hier nur so geil Wir haben jetzt schon gleich 750 Yu-Yu-Meta Ich hab gleich dein Jetpack fertig Jo Eine Frage Soll ich hier gleich noch mehr S-Pubricator dran machen? Äh, kann Wir müssen uns dann nur nicht übertreiben Also ich denke nachher noch die Zuschauer Was in diesem Drecksack Entschuldigung, aber ich Ich seh gerade nur Geld Manch Gold Ne, Geld Das bares Geld wert ist das doch Ich bin, ich mach dir sogar noch einen Service Ich lade dir deinen Jetpack auch nicht mit meinem System auf Das muss ich dann nachher noch zahlen Ich geh gleich dann schon mal deinen Jetpack aufladen, gell? Dann kannst du auch gleich verwenden Jo Und ich hab gerade glaube ich sogar im Falschen was reingetan Genau So, hier gattest du mich nicht rein So Geht ein bisschen schneller wie mit meinem System Soll ich noch sagen, wie viel wir jetzt ungefähr produzieren? Hä? Wir produzieren circa Jede Sekunde einen Juju-Metter Ist ja ganz okay Ich könnte noch mehr dran machen Ne, das ist schon richtig gut Manche brauchen fast eine Minute für eins Guck mal hier Guck mal hier Guck mal, komm Hier, da Hier, hier, hier Hier, fein Wo ist es? Du hast aufgesammelt eigentlich Ja, ich hab Magnetismus Du kannst fliegen Jo Ähm Gut Aber guck mal, wie heftig das hier unten jetzt ist Jo Und weißt du, äh, Nicole Guck mal hier gepflanzt, hä? Wir haben jetzt schon 812 Juju-Metter Also du bekommst natürlich auch ein bisschen Juju-Metter ab Ist ja klar Ich baue nachher noch die Koppelfarm Ja, die bauen wir aber dann zusammen Würde ich sagen Okay Dann baue ich so lange die andere Maschinen weiter Die ich noch bauen will Alter, weißt du, wie heftig das gerade ist, was ich hier hab? Ja Weißt du, dass ich gerade überlegt Soll ich noch, ähm Alter, ich müsste jetzt Oh, ich könnte gerade so übertreiben Ich hab 62 Crafting Table Ui 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 Also, Entschuldigung, wie lange nehmen wir jetzt auf? Äh, gleich 10 Minuten Kannst schon mal ungefähr einen halben Stack Gold reintun für den Chatpack Sagen wir es mal Was ist das hier oben? Ich hab Sulfur sogar richtig viel Ich hab keinen halben Stack mehr Ich hab nur 30 Stück Okay, das reicht auch Ich geb dir 15 Stück ab, weil ich brauche ja nachher noch was So, das Ah, Mann Jo, ein paar Personen kriegt der erstmal auch Ärger Der hat nämlich mein Eisen, glaub ich, gemopst Zumindest hatte der Eisen-Stack So, ich hab jetzt mein Card-Assembler Kann ich Dann mit dem richtigen Bauchlein Warte, Alter, ich fliege einmal über dein Grundstück Komm mal her Ich fliege einmal kurz an deinem Grundstück Und sammle deinen ganzen Schrott ein Kann ich mir reintun Können wir ein bisschen Erde von dir noch nehmen? Du brauchst ja nicht so viel Äh, ja, nimm die Hälfte auch raus So, guck mal hier mein Card-Assembler Da können wir jetzt Roboter herstellen Die dann über Schienen fahren Hier, ähm Guck mal, Nico Guck mal in dein ME-System Ah, ich hab gar keine Schiene Guck mal in dein ME-System Roboter Recycling Das ist mein Bestand Boah, lass die drin Das war doch beabsichtigt Ah Weil so kann ich die Stacks schneller rausholen So Äh, ja Jetzt kannst du die nämlich wieder reinlegen Ich hab das nur so gemacht, damit, ähm Dann kann ich Shift gedrückt halten Verstehst du? Ah Und Eine Frage Ist das ME-System jetzt schon wieder leer? Keiner Alter, aber weißt du, wie heftig das ist? Ich könnte noch mehr Recycler dran setzen Ich brauch ne Synth Hey, wir hatten ja grad über 800, weiß du noch? Jetzt hab ich gleich 1000 YUMETER Geil Also in der Folge haben wir jetzt also ein zicker halb, ne halb Stunde haben wir 1000 YUMETER Weiß, was ich jetzt machen muss? Ich muss hier hinten, das ist jetzt kein Cheeken Ich muss noch mal kurz im Crater freien Ich muss noch mehr im E-Drive Synthen dran sitzen, oder? Kannst Kannst, weißt du, wie voll die werden, wenn wir jetzt mal ne Woche nicht online sind? Ein bisschen Ein bisschen Ein bisschen So Ich muss mir schon wieder Eisen holen, das gehen mir schon wieder alle Geht ja nicht Eisen alle Eisen? Ich kann mal eben gucken, ob ich noch Eisen hab So Soll ich mal eben gucken, ob ich noch Eisen hab? Kannst Äh, ich hab genug, wieviel brauchst du? Zwei Stats? Äh, gib mir mal so 30 Stück, das ist ein bisschen lang eigentlich Ich hab, ich hab über 370 Grad gehabt Ja Ein paar lang auf jeden Fall Guck mal ins ME-System Ein Start-ME Äh, ich nehme einfach mal das sehr groß, gell? Ja, darfst du doch So, was was scheiße ist, also ich muss im Moment nur einen Tag behalten So, mal im Kopf hör und erinnern, kurz Ähm, im Moment ist das Ding nur, ähm, richtig über Tag, richtig aktiv Jo, wir haben gleich die 1000 geknackt, ernsthaft Geil Weiß, was ich jetzt mach? Und das ist jetzt nicht übertrieben, was ich hier mach Also hundertprozentig übertreibe ich jetzt nicht, indem ich hier noch ein paar ME-System So, ich hab in der erste Hülle drin, dann hab ich die schöne 3D-Ansicht jetzt Dann baue ich jetzt den Engine Den Engine Den Engine Ich muss mal eben bei Papa Sohn die Leitung kurz vorm ME umlegen Weil die mich sonst leicht beim Laufen blockiert Den Code-Enschein Der ist ja gar nicht so teuer wie gedacht Fuck Hö, da ist ein Wunder, ich brauch Kobbel Scheiße Ich hab grad Juju Meta zerschreddert, glaub ich Ui Ist das schön Ah ne, doch nicht, ich hab doch nix gesagt Das war doch am richtigen ME-System Du sagst nie was Ich hab mich grad nur vertan mit dem ME-System Das war doch das Richtige, wo ich die dran gemacht hab Gut So Mal eben Eine Frage Ähm Ist das übertragen, wenn wir da jetzt gleich Na, wenn wir wiederkommen, 10.000 Juju Meta? Oder mehr? Nö, das geht doch noch Also sag's mal so, ich hab gleich, du kannst ja gleich mal mit mir rechnen Wir haben gleich ungefähr genauso viel Platz hier wie im, ähm, Stadt ME-System Ui Das ist so ne Menge Du sagst voll mit Juju Meta ist Wie viel zahlst du mir dann? Ich kann ne Kobbelfarm bauen, die ist mir Kobbelzahlen Jo, kannst du diese Folge schon vielleicht bauen? Ähm, wir wollten wir die nicht gemeinsam bauen Ja, fang doch schon mal an zum Bauen Ich baue erst einmal schnell meinen Roboter fertig Soll ich mir das Ne, Solar hab ich ja gar nicht Warum was Solar hast du nicht? Äh, ne, sonst hätt ich mit den Solar-Roboter gebaut Den kannst du nachher auch auf den Mond fallen lassen Alter, ich hab gleich Ich hab gleich richtig viel Soll ich, du, du, kannst, kannst du Mathe? Vielleicht Du darfst nochmal rechnen, wie viel Speicher wir haben, okay? Äh, hast du einen einzigen Dia? Kann ich den haben? Ich brauche für meine, für meine Fräse 5, 6, 7, 8 Warte, ich, du musst gleich mal eben rechnen Nur mit 1, 2, 3, 4 Plus 6 Rechne mal 10 mal 10 mal 64 Sind 10 mal 10 Also muss man schon mal 100 100, ja Mal 64, also 264, 6, 4, 100 So viel Festplatten haben wir jetzt Ah Du hast Namen Dia gefragt Ja Das ist jetzt mein allerletzter Boah, ich hätt ihn fast in die Schmelze grad gezauern Heftig Heftig Äh Wo sind wir rein? Ich hab unten keine Stadt im E-System, deswegen Aber das Jetpack hat auch Nachteile, weil Wenn man sprinten will, das geht so nicht mehr Du kannst ja auch laufen Ja, musst dann halt so lang wegtun Also Entschuldigung, dass ich jetzt hier unten nur baue, aber Kommt Soll ich dir jetzt mal sagen, wie viel you you metalisch haben? Gleich 1.200 Ui Bau bitte Sag mir, wie man die, äh, Kabel zu den Schmelze baut Oder bau die gleich mit mir Äh, Block, Rake und Neumatic, Western, Pipes, Tubes Ja und wie setzt der dann die ganze Zeit Kabel? Der ist, muss ja Lava und Wasser verwenden Der Block, Rake und Baut sie einfach ab Ja, äh, machst du das gleich mit mir Ja, und dann braucht man Du brauchst noch einen Timer und es geht, glaube ich, eine Maximallenge von 20 oder so Also, ich, Platz haben hier unten, glaube ich, genug, muss man gleich mal gucken Muss man gleich mal sagen, wo der, äh, Papasuns Grundstück anfängt Ach, du kann hier selbst schlafen Also, so einen Platz haben wir hier und glaube ich, dafür Aber Nico Wir haben gleich 1.200 you you metal Cool So, ich muss ja mein Jetpack aufladen Weil ich, ich hab da jetzt so viel Kabel für verbraten, ich glaube ich muss diesen Monat nur Schatz bezahlen Weil Kabel, ich hab da jetzt, ähm Oh, ich glaube Haben wir, ah, warte mal, Dschungelwood Ah, das bekomme ich raus, wenn ich Ich hab Dschungelwood Ich muss ja nur Rubber verbrennen, dann hab ich Dschungelwood Hey, warum, ich hab genug, glaube ich, warte Oder hab ich selber noch welches Brauchst du Planks oder ein normales? Ich hab, ich hab, ich hab Wenn du, also, Dschungelwood Planks brauchst, hab ich die Ja, ich hab ja jetzt schon Das ging auch mit Oakwood Also, ich hab auf jeden Fall mal zwei Stacks von Chesspains Was, jetzt mach, ich hab ja genug Ich tue jetzt noch ein bisschen Kabel wegmachen Oder? Kannst, ich hab noch 1.600 Deswegen Jetzt hab ich noch 700 Also, wie man sieht, ich hab heute nicht viel verbraten Aber es muss ja auch bei mir, oder? Guck mal, wie viel Also, kann ich gleich Ja, ich hab jetzt noch über 600 Stück, aber mehr kann ich auch nicht abgeben So, soll jetzt mal gucken, wie voll die Festplatten sind von mir Kannst Aber weißt du was, aber Eine Frage, was denkst du, reichen dann, ähm 2064k Festplatten? Jo Ich meine jetzt auch generell für den K Oder könnte das auch schon eng werden Müssten ja nicht lang Also, sagen wir mal so, meine Festplatten sind schon recht gut gefüllt Der eine aber auch jetzt gar nicht mal so schlecht Soll ich mal gucken, was bei dir so viel ist? Ich mach mal einfach, okay? Okay Warum hast du deine Rüstung nicht an? Ich? Ja, brauchst du diese Lederrüstung noch? Äh, die weiße? Ja Eigentlich gerade nicht Kann ich die verbrennen? Okay So, ich kann jetzt dann... Brauchst du Eisenbrust? Ähm... Holzspitz... Warte, Holzspitzhack und Steinsachen? Äh, Steinsachen eigentlich nicht Gut Äh... Kaputter Bogen? Äh... Den wollte ich behalten Okay Ähm... Mal gucken Okay, also ich stell gerade meinen Roboter her Rotten Flash? Hä? Rotten Flash? Verrotztes Fleisch? Kann ich nehmen Blumen? Das brauch ich wenig Blumen? Blumen, die kannst du auch nehmen Oh, und vor allem der Roboter brauchst es richtig lang Um hergestellt zu werden Nimm gleich 20 Minuten Und dann... Wärts jetzt nur noch... Also... Ich würd sagen, genug Strom haben wir jetzt mal für die nächsten Also... Und folgend, was das cool ist Wir haben ja hier einen Chunk-Loader Der hat ja mein komplettes Grundstück Achso... Oh... Ich hätt grad fast mein Jetpack verbrannt Der ist sehr peinlich gewesen Ja, aber der zieht zum Glück nur die Sachen, die ich äh... konfiguriert hab Ja, haben wir im 20 Minuten, gah? Mit dem Droh Jo, darf ich mal eben noch die letzten Sachen verbrennen? Klar, kannst du machen Ah man, das Spackenstelle ist schon gelohnt, ja Muss ich halt hier unten einfach verbrennen Kann das sein, dass es draußen dunkel ist? Äh... Du hast ja grad Tag gemacht Ich weiß Ich soll grad auch verabreden Können wir draußen so ein Loch reinbauen Jetzt seh ich immer, wenn es hell ist So, dann wir sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge Bis Und warte, ich will wissen wieviel Wir haben Ach du eilige Scheiße Okay Das ist genug Okay So, dann würde ich sagen nämlich das aber mal eben raus und tu das in ne andere Kiste Damit wir rausfinden, äh, wieviel wir jetzt in der nächsten Zeit so bekommen Oder? Ja Ja Du hast jetzt aber dann in ne bestimmte Kiste, wo keiner drauf Zugriff hat, würde ich mal so behaupten Ja Vor allen Dingen, ich tu grad die Sachen stackweise rausholen und die ganze Zeit kommt noch was nach Ui So 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 Okay, wir haben jetzt schon wieder zwei Stück und ich hab grad erst alles rausholt Okay, dann am Ende bin ich voll, oder? Jo, warte, ich muss mal eben mich noch entleeren Ja, ich kann so langweilen den Roboter füttern Lol, wo geht das ganze rein? Hey lol, das ganze Julio Meta geht in mein Ist das schlimm, wenn das kurz in meinem Terminal ist, weil es wird automatisch rausgezogen Ja, ich muss dann halt ein anderes Ding reintun Jo, mach ich auch Und dann, ich will ja nur testen wieviel jetzt weg geht Also wir merken uns jetzt, wir haben jetzt, also ich nehm noch mal das letzte raus Wir haben jetzt neun und dreißig, okay? Mhm Wir sagen, wann wir die nächste Folge anfangen Okay? Die machen wir ja gleich instant und hier nach Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge bis zum nächsten Mal und ciao Ciao